Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Die Erklärung von US-Präsident Biden im Wortlauf. Artikel Am vergangenen Freitag hielt US-Präsident Joe Biden eine wichtige Rede im Oval Office, in der er ausführlich die aktuellen Herausforderungen und politischen Strategien seiner Regierung darlegte. Die von vielen als bahnbrechend bezeichnete Rede wurde live im Fernsehen übertragen und von Millionen Amerikanern sowie internationalen Beobachtern verfolgt. Zu Beginn ging Präsident Biden auf die wirtschaftliche Lage des Landes ein. Er erklärte, Unsere Wirtschaft steht vor einer historischen Erholung. Dank des American Rescue Plan, der von meiner Verwaltung vorgeschlagen und vom Kongress unterstützt wurde, haben wir Millionen von Amerikanern geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Die Arbeitslosenquote ist auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten gesunken und kleine Unternehmen öffnen wieder ihre Türen. Des Weiteren hob er die internationalen Beziehungen hervor. Unsere Bündnisse sind stärker denn je. Durch gezielte diplomatische Bemühungen haben wir die transatlantischen Beziehungen gefestigt und unsere Partnerschaft im Indopazifikraum gestärkt. Dies ist von entscheidender Bedeutung angesichts der wachsenden Herausforderungen durch autoritäre Regime. Biden betonte auch die Bedeutung des Klimaschutzes in seiner Politik. Der Kampf gegen den Klimawandel steht im Zentrum unserer Agenda. Wir haben ehrgeizige Ziele gesetzt, um die USA bis 2050 klimaneutral zu machen. Investitionen in erneuerbare Energien und grüne Technologie schaffen nicht nur Arbeitsplätze, sondern sichern auch die Zukunft unseres Planeten. In Bezug auf die Gesundheitsversorgung unterstrich er, es ist unser Ziel, sicherzustellen, dass jeder Amerikaner Zugang zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung hat. Wir investieren massiv in unser Bildungssystem, um sicherzustellen, dass unsere Kinder und Jugendlichen die bestmögliche Vorbereitung auf eine sich ständig verändernde Welt erhalten. Besonders in dieser digitalen Ära müssen wir sicherstellen, dass niemand zurückgelassen wird. Abschließend wandte sich Biden mit folgenden Worten direkt an die Bürger. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind bedeutend, aber gemeinsam können wir sie bewältigen. Diese ausführliche Erklärung von Präsident Biden erhielt gemischte Reaktionen. Während viele seine Vision und Strategie für die Zukunft der Vereinigten Staaten lobten, äußerten Kritiker Bedenken hinsichtlich der Umsetzbarkeit seiner Pläne und der damit verbundenen finanziellen Belastungen. In einem Kommentar der New York Times wurde hervorgehoben, wie ambitioniert die Vorschläge des Präsidenten seien, jedoch auch auf die Herausforderungen hingewiesen, die bei deren Umsetzung zu erwarten seien. Ein Bericht des Wall Street Journal betonte die Wichtigkeit der internationalen Diplomatie und hob besonders die Rolle der USA als globalen Akteur hervor. In der Tat wird es spannend sein zu beobachten, wie die Regierung Biden ihre Ziele in den kommenden Jahren verfolgt und welche politischen Maßnahmen letztlich umgesetzt werden. Diese Rede könnte als Meilenstein in seiner Präsidentschaft betrachtet werden, als eine entschlossene Erklärung zu den vielen prominenten Fragen, die seine Regierung zu beantworten hat. Anita Farke, Montag, 22. Juli 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.